Move for Style präsentiert das Hip-Hop-Dance-Musical Live for Dance im Kubus in Wollford. Ein Tanzmusical über Leben, Liebe und Hoffnung. Eine Aufführung über den alltäglichen Kampf mit sich selbst, den Höhen und den Tiefen des Lebens und dem großen Traum ein gemeinsames Ziel zu verwirklichen. Alle Vorarlberger und Lichtensteiner Tanzschüler sowie die Showgruppen von Move for Style werden in dieses Musical integriert. Es ist keine Schulaufführung im herkömmlichen Sinne, nein, vielmehr geht es um die wahre Geschichte des Lebens. Es ist zum Lachen, zum Weinen mit Emotionen und Gesang. Und am allerwichtigsten, tanzen, tanzen und nochmal tanzen. Wir sind jetzt im Backstage-Bereich der Tänzer und Tänzerinnen und bei mir ist die Paysa. Paysa, du bist von Move for Style und Leiterin. Genau, in Lichtenstein. Erklär mal kurz. Also ich unterrichte in Lichtenstein, die Dienstagsgruppe, die Erwachsenen. Und dann habe ich noch zwei Showgruppen, zum einen in Pride-C und Untraceable. Okay, und für all jene, die mit Hip-Hop noch nicht so viel Erfahrung gemacht haben, erklär mal ganz kurz Hip-Hop an dich. Und was macht ihr? Ja, was machen wir? Wir stellen Choreografien zusammen, machen verschiedene Formationen, sodass es auch eine bestimmte Wirkung erzeugt. Und ja, eigentlich ist das eigentlich schon alles. Heute geht es ja um Live for Dance, die große Premiere heute Abend. Wie sieht es aus? Alle ein bisschen aufgeregt, vor allem, da wir das in kürzester Zeit zusammengestellt haben. Aber ich glaube, das kommt ganz gut. Wie viele Leute sind ungefähr beteiligt? Ich denke so um rund 100 Schüler. Um rund 100 Schüler geht es heute Abend. Und das heißt von Lichtenstein, Vorarlberg und Move for Style, allen zusammen. Genau. Auf was dürfen wir uns freuen? Ich denke, man kann viel lachen. Es wird eine spannende Geschichte. Und ja, ich denke, auch verschiedene gute Tänzer. Hier sind Nadine, Sandra und Babsi und ihr drei seid in der Tanzstunde von Fatmir, also von Move for Style. Und ihr seid heute Abend mit dabei beim großen Dance Musical. Wie geht es euch so kurz davor? Es sind nur noch wenige Minuten, bis es richtig losgeht. Wie geht es euch dabei? Also ich muss sagen, mir geht es super. Ich hoffe, das kommt wahrscheinlich erst kurz vor dem Auftritt, aber mir geht es eigentlich jetzt ganz gut. Wie lange zahnst du denn schon? September. Seit September erst. Also eigentlich noch ganz frisch, kann man das so sagen. Dir gefällt es? Super. Auch ihr seid Tänzer von Move for Style. Es gibt verschiedene Gruppen. Wo gehört ihr dazu? BPM. BPM? Ja. Wir gehören zu Colorbox. Zu Colorbox, okay. Und heute Abend ist was ganz Besonderes. Es sind alle zusammen. Es wird ein großes Musical werden. Was geht euch so durch den Kopf? Freut ihr euch? Seid ihr gespannt? Wir werden die Bühne rocken. Wir werden viel Spaß haben miteinander. Und wir rocken, wie gesagt. Wie bereitet ihr euch so darauf vor? Wie haben jetzt die letzten Stunden vor dem Auftritt ausgesehen bei euch? Ja, mit sehr, sehr viel Training. Und zwar diszipliniertem Training. Und ja, auch auf dem Training hatten wir sehr viel Spaß. Spaß muss sein. Das war's. Hier sind MTV Kids aus dem Lichtenstein. Ihr seid bestimmt die Jüngsten heute. Wie geht's euch vor dem Auftritt? Gut! Ihr freut euch? Ja! Warum nervös? Habt ihr Angst, dass ihr euch vertanzt oder vor den ganzen Leuten? Die dürfen uns ja nicht auslachen. Wir sind sowieso die Kleinsten und wir trauen uns auf die Bühne. Genau so ist das. Du hast recht und ihr seid wahnsinnig gut. Ich habe euch nämlich schon mal gesehen. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, euch nachher auf der Bühne zu sehen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Die Tore wurden bereits geöffnet. In wenigen Minuten geht es los. Neben mir hier ist jetzt Frank. Frank, auf was freut man sich am meisten? Ich freue mich auf Hannah, eine Bekannte von mir, die heute tanzt da oben. Und schon voller Vorfreude. Hat sie brav geübt? Und wie? Bis gestern Abend hat sie, glaube ich, bis 11 Uhr. Antje, oder? Bis 11 Uhr hat sie gestern geübt. Ja, ja. Bin gespannt. Und mit der versammelten Mannschaft, der Familie und Freunde, Bekannte, alle eingeladen. Genau. Alle eingeladen, alle hier. Vielen Dank. Das war das Tanzmusical Live4Dance der Tanzschule Move4Style. 125 Tänzer waren bei dieser Produktion dabei und heute für Sie auf der Bühne.